Dann wollen wir doch mal. Ich habe gerade da irgendwas gesehen, was wir vielleicht umholzen können. Was hältst du davon, Chumbucket? So, kommen wir hier hoch? Hüpfen. So. Eine Vogelscheuche, schwach. Okay, das Ding, die haben wir uns nicht gesehen. Das ist schon mal ganz gut. Aber hier ist noch was. Okay. Wieso kommen die wieder zurück? Okay, fahren wieder weiter. Weil... Moment, haben wir... ...nur die Harpune. Guten Tag, junge Frau. Ödländer. Schatzbegegnung. Ein Sklave ist dankbar, dass du die Sklaventreiber in der Höhle der Menschentreiber besiegt hast und erzählt dir von einem versteckten Vorrat. Gut, sehr gut. Das ist, äh... Das nehmen wir doch immer gerne an. Solche Infos. Ähm... Nee, nicht auf die. Was wir jetzt erstmal brauchen, ist... Ist, äh... Okay, da kommen wir nicht dicht genug ran. Von hier aus vielleicht? Nö. Irgendwie kommen wir da nicht dicht genug ran. Brauchen wir vielleicht ein extra für? Weiß ich nicht, aber... Ähm... Joa. Das kriege mal hin. So, wo will ich denn als nächstes hin? Was ist das hier? Äh... Stankgummlager. Oder Stankgummlager. Stankgum, ja. Vernichte Stankgums Legion. Historisches Relikt. Insignienschrott. Schwierigkeitsgrad 2 von 5. Ach komm, das machen wir. Okay, da sind wir fast entdeckt worden. Ähm... Wie kann ich denn nochmal... Ähm... Ah. Nein. Muss er gedrückt halten. Hä? Oh, Mist. So, jetzt wechsel doch mal. Ähm... Wie kann ich zielen? Ah, da ist er. Gut. Und wieder zurück. Und jetzt holen wir uns den... Können wir das Ding nicht... Oh. So, dann machen wir nochmal anders. Okay, das läuft so nicht. Aber vielleicht... Aber vielleicht... Okay. Das läuft doch schon mal gar nicht mal schlecht. Äußere Verteidigungslinie ist weg. Jetzt haben wir noch die innere. Okay, dann müssen wir dicht da dran. Ähm... Ach, das ist gar keiner. Okay. Okay. Ah, Mist. Ja, ich werde dich bestimmt nicht gehen lassen. Das kannst du dir aber von der Backe nageln. So, ich sollte aber was trinken. Um wieder ein bisschen zu Kräften zu kommen. Vielleicht finden wir hier auch gleich was zu trinken. Das dürfte eigentlich nicht so schwierig sein. Ist ja ein Lager. Eine Schrotplinden... Schrotplinden... Schrotplindenverlohne, ja. Schrotplinden... Schrotflintenpatrone. Ach Mann, was ist denn hier los? Den lasse ich nochmal fallen. Ich gucke mich hier erstmal nochmal weiter um. Hier ist sonst nichts. Hier kommen wir hoch. Ah, eine Skrotum-Insignia. Äh, Moment. Zerbrechen. Da ist nochmal Schrott. Wo kommen wir hier hin? Ja, wo kommen wir denn da hin? Oh, guck mal hier. Ist das ein Flugzeug gewesen? Sieht so aus, ne? So als Flügel. Oh, dann... Ist ja eine Ahnung. Ach, hier kann man auch rein. Okay. Hätten wir uns das so halbwegs sparen können. Dass wir die frontal angreifen. Und... Äh... Frage mich gerade. Hier kommen wir wieder runter. Was ist das hier für ein Spiel? Ist das jetzt Mad Max oder ist das Splatoon? Hier ist auf jeden Fall... ...die Möglichkeit, eine Tür zu öffnen. Na, Kumpel? So, ihr seid beide... Irgendwie... Seid ihr Teil der... Öh... Purple Man Group? Oder was? Wir sammeln wieder extrem viel Schrott ein. Was ich sehr begrüße. Okay, hier landen wir dann... Ach, von da ganz oben können wir dann hier wieder runter. Oh, ja. Ähm... Feldflasche auffüllen. Genau. So will ich das haben. 10% Bonuswasser von Essenz. Ein Relikt. Ähm... Was steht da? Für alle Justizler, die hierher kommen sollten. Wir werden rausgeschmissen. Die Schweine sind brutal. Treffpunkt Lila. Sie mögen unsere Beschützerin getötet haben, doch... Und unseren Willen werden sie nicht brechen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Möge das Wasser zurückkehren. Okay. Ach, Tür benötigt Explosion. Nö, machen wir jetzt nicht. Wo kommst du denn hier lang? Okay. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Hier kommen wir noch runter. Da ist auch noch was einzusammeln. Okay, Schrott 4 von 6 haben wir. Und sonst ist hier nichts mehr zu holen. Okay, hier können wir auch... Wie cool das aussieht. Das muss mit Australien passieren, damit... Damit Australien so aussieht. So, hier kommen wir aber hoch. Oben werden uns wahrscheinlich wieder ein paar... Nette Leutchen erwarten. Okay. Na, Kumpel? Ah, okay. Geht her! Geht her! Geht her! Geht her! Geht her! Geht her! Ah Mist, wieso hast du mich denn noch getroffen? Mit der Kopfnuss einfach mal niedergestreckt. Das war's schon? Stankgum-Lager, Rostvogel aufgelöst. Das Lager ist nun von Verbündeten besetzt und wird regelmäßige Schrottlieferungen beisteuern. Ja, das finde ich ja hervorragendlich. Bauteile und Insignien. Und Schrott fehlt uns noch. Da suchen wir uns aber noch mal ein bisschen... Gucken wir uns noch ein bisschen um. Guck mal, das ist doch schon mal eine Beute. Hier haben wir sonst nix mehr, aber... 40 Schrott haben sie hinzugefügt. Ein Bauteil. Eine Madenfarm. Dieses Bauteil kann benutzt werden, um das Projekt Madenfarm in der Festung von Jeep zu bauen. Du hast vier der benötigten Teile. Also eins von vier. Ja, du hast alle vier. So, Schrott optional. Fünf von sechs. Da müssen wir uns natürlich noch ein bisschen umgucken. Aber hier oben scheint nix mehr zu sein, ne? Ach, warte, da. Wie kommen wir denn da hin? Ähm... Okay, so kommen wir da nicht hin. Und hier von der Seite? Okay, da kommen wir auch nicht hin. Ähm... Kommen wir denn jetzt überhaupt irgendwo hin? Nö. Ach, Mist. Jetzt müssen wir da ganz wieder hoch. Ach, du meine Güte. Ist hier noch irgendwas? Ne. Da ist nix. Nix. Ach, warte mal. Wir können doch... Wir haben doch da noch ein bisschen Wasser übrig, ne? Eigentlich können wir doch noch ein bisschen trinken. Und mal auffüllen. So, dann legen wir mal da hin, damit wir nicht immer... So, Wasser ist fast voll. Hier ist nix mehr. Hier den Flügel müssen wir wieder hoch. Ist das ein Flügel? Ja, das sieht aus wie ein Flügel. Kenn mich doch aus mit der Flügelität. Ich frag mich gerade, wie kommen wir... Kommen wir da hoch? Ne, da kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nicht hoch. Von der anderen Seite vielleicht? Ach, warte. Kann ich das Ding in die Luft sprengen? Ähm... Was passiert denn, wenn ich ihn anzünde? Okay, das hat nicht funktioniert. Äh, dann... Haben wir... Äh, die Möglichkeit... Offensichtlich... Haben wir die Möglichkeit. Aber wir haben doch gar keine... Gar keine Munition mehr. Wie können wir denn das Ding da erschossen haben? Also... Kaputt geschossen haben. Guck mal, wie weit es hier runter geht. Da will ich nicht runter. Ähm... Das ist ja merkwürdig. So, hier ist auch nichts mehr. Wo ist noch das letzte Teil? Ja, das sieht sehr elegant aus, Max. Da kann man nichts anderes sagen. Und... Das ist eigentlich einfach nur die Tür. Also da holen wir auch nichts mehr. Guck mal, da ist doch noch was. Was ist das denn für eine Tür? Also... Nochmal mehr dagegen treten. Zack. Ähm... Wie immer die ganze... Ganze... Volle Gesundheit. Wie immer die ganze... Tür dann gleich da raustritt aus den Angeln, ne? Ist ja erstaunlich. Oh, wir haben es vollständig abgegrast. Yeah. Fortschritt. 100%. Sehr schön. So wie es sein soll. So wie es sein soll. Na, Leute. Macht das mal... Ja, ordentlich hier, ne? Was fährt denn da lang? Oh. Was macht denn die Kamera? So, ich muss einmal... Was ist das hier? Begegnung. Sprich mit dem Ödländer. Ja, das mach ich doch mal. Mit den Ödländern. Dann... Ah, Mist. Der ist aber ganz schön gut gepanzert. Da bricht sogar die Framerate ein. Na, also. Den kriegen wir doch gleich. Na, komms. Komm Junge. Na, das geht doch. Ähm, kannst du mal... Da vorne sind nämlich welche. Jetzt muss ich aufpassen, dass da nicht irgendwie... Oh, guck mal, was der für Sachen verloren hat. Das ist ne gute Idee. Dann nehmen wir das hier mal mit. Und das hier mal mit. Und sowieso alles mit. Sind da... Sind da... Sind die auf uns aufmerksam geworden? Oh. Ah, sag mal. Wo kam der denn her? Ist jetzt tot? Danke sehr. Ah, Mist. Der ist ja auch noch leer. So, dann hole ich mir mal seine Kumpels. Och schlafen. Du willst das, was dust? Auordinieren. Er請, auf! Geh, auf! Geh, auf! Deineik! Da, da! so sieht es aus Ah, guck mal da Jetzt komm ich da an Okay, damit ist das Ding schon mal durch Oh oh Da willst du nur mal einen Ödländer besuchen und dann So Na Kumpel So, so, den großen Roten Hey Ah, Mist Ah, Mist Okay, komm her Jung Ah, Mist, ich habe keine Munition mehr Aber Vielleicht kann ich ihn lange genug aufhalten Wieso steigst du denn aus? Währenddessen Hat Jumbugget auf jeden Fall schon mal alles repariert Das ist doch gut Ja, Junge, wenn du mich mit deinem Auto angreifst Dann musst nicht nur du leiden Sondern auch dein Auto Äh, Auto, kannst du mal bitte leiden? Na, das sieht ja episch aus So, jetzt fahren wir aber einmal durch So, jetzt fahren wir aber einmal durch hindurch Okay, wird alles einfach mal zerstört Hier können wir noch was einsammeln Das nehmen wir natürlich mal mit Und Ja, ich sende auch gleich mal eine Flair So, wo kommen wir denn hier rein? Wo kommen wir hier rein? Ach, hier kommen wir rein Und da drin Wie, wo geht es denn hier runter? Das ist ja mal spannend Okay, da ist auf jeden Fall schon mal was Ähm Hier haben wir noch Munition So, dann können wir auch einmal kurz was trinken Achso, hier können wir gar nicht auffüllen Aber wir können ja trotzdem mal was trinken Das bleibt uns ja unbenommen Suchbereich 100%, sehr schön Äh, kommen wir hier nicht mehr hoch? Achso, ach da Ich bin da schon wieder Ja Vielleicht soll ich mal mit Brille spielen Das ist vielleicht eine gute Idee Na, was haben sie denn mit dir gemacht? Da haben sie bei dir wohl die Klamotten vergessen Also vergessen sie anzuziehen Nachgebrauch bitte wieder anziehen Wo wollen wir denn jetzt mal hin? Was haben wir hier? Suchbegegnung Teile den Schrott mit ihm Ja, das können wir mal machen Kill sie denn erst mal wieder hier an�� Ja, dann knoopig Und dann Ich kann mich Tschau Ich philosophical Ich bin ich Ich bin ich